Hallo Leute, ich bin Eva. Willkommen bei AllesE. Wir gehen mit dem heutigen Mau dabei. Hello! Und wir versuchen heute einen Diamond Ladybug zu bekommen. Das heißt, wir müssen irre viel, wie heißt das Zeugs, Lavendel kaufen. Diamond Lavendel, gell? Ja, so heißt es. Diamond Lavender. Und du bist schon in der neuen Map. Wir waren übrigens gestern live und haben euch alles ganz genau gezeigt. Die Bia will auch gucken, wie das aussieht. Ich habe auch gesagt, ich werde hier vielleicht mein nächstes Video umfangen. Also, tada, da ist sie, die Ava. Okay, na dann. Oh Bia, du hängst an mir. Wollen wir mal losgehen? Okay, gut. Dann gehen wir erstmal runter, benutzen ich die Treppe. Hier, bei Lily. Hi Lily. Können wir dich einfach adaptieren? Justin sagt ja auch was. Guck mal, was der Justin sagt. Hey there, welcome to the farm shop. Fantastic food and delicious drinks, all fresh from the farm. Bia, okay gut. Er sagt einfach, dass es ein schöner Farm ist. Und man soll sehr vorsichtig mit den Ladybug sein. Also mit dem Lavendel, der sei nur für die Ladybug, gell? Und ist das derselbe Typ, der vorher im Supermarkt gab? Ja, war es. 100%. Wisst ihr eigentlich, dass die Ava mich nie in den Supermarkt gebracht hat? Du wolltest nie in den Supermarkt. Du hast mich nie da reingebracht und dann war er weg. Und dann war die Chance vorbei, aber egal. Wir sehen ja schon ganz viele Videos von Supermarkten. Ja, die kann ich mir jetzt angucken. Komm, wir gucken mal auf das Schild, wie die Chancen stehen, so einen Diamond Ladybug zu bekommen. Okay. Feed the Ladybug with Diamond Lavender. Normal Ladybug 35 in 40. Wahrscheinlich müssen wir 40 von den Dingern schmeißen. Ups. Gold. Golden Ladybug 4 in 40, okay. Diamond Ladybug 1 in 40. Wow. Sind das ähnliche Chancen wie bei den Bienen, weißt du das? Ähm, ich denke, bei den Bienen ist es nicht 40. Ja. Nicht schon 40 von 10, denke ich. Oh, okay. Das ist schon ziemlich krass. Also, kauf Lavender. Okay, wir kaufen jetzt erst mal 10. Ja. Und wir haben gedacht, wir haben genug Kompos. Du zähl, das ist jetzt schon das zweite. Ich bin nicht gut am Zählen, das ist okay. Drei. Ich hab jetzt schon Angst. Ich planiere mich immer, wenn wir irgendwas zählen. Fünf. Sechs. Fünf wird schwierig. Da fragt man sich, ob ich jemand in der Schule war. Sieben. Nach sechs und sieben. Sieben. Aber da hat es sechs nicht funktioniert, aber jetzt kommt sieben. Okay. Seht ihr deswegen, ist es zählen so schwer. Acht. Neun. Ups. Neun. Okay. Und flessen. Zeh. Hey. Yay. Okay, gut. Ach, die kosten Robux. Ja. Ich dachte, die kosten Box. Nein, das Rode kostet auch nicht Robux. Stimmt, kostet auch Robux. Ja, stimmt. Okay. Na, dann zeig mal, wie sieht das in deinem Backpack aus? Du musst noch mehr kaufen. Ja, aber ich denke, wir kaufen noch sechs, weil es sieht immer schön aus, dass es null abendet. Aber im Prinzip ja, der sieht das einfach voll schön aus. Das ist total schön. Ich frag mich bloß, warum die das hier... Warte, zehn. Eins. Ried weiter. Warum die das, ähm, Diamanten gemacht haben und nicht lila, weil Lavendel ist doch sonst so ganz heiles lila. Das ist jetzt... Nein, nein. Wir sind jetzt erst ab drei. Drei. Ich glaub, ich hab aufzuziehen, ist das eh egal. Dafür haben wir jetzt ein Backpack voll. Sehr schön. Dann mach mal einen Screenshot. Tom, na ja. Tom, na ja. Genau. So, gut. Sollen wir jetzt erst mal anfangen zu schmeißen? Ja, schmeiß auf, Kind. Ja, schmeiß auf, Kind. Schmeiß. Oh, ups, ups, ups. Ich weiß nicht, dass ich nicht gekauft habe, dass es nicht funktioniert. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwie bockt das gerade. Okay, schmeiß, Kind, schmeiß. Ich kann's nicht schmeißen. Oh, dann musst du einmal raus und wieder rein. Okay. Du versuch mal, dein Ehr zu machen. Warte, damit macht der Hals so weh. Ja, alles ist gut. Frauchen geht gut. Du hast jetzt Angst. Du hast ja für mich Angst gemacht. Ja, alles ist gut. Frauchen ist nicht krank. Nur bist du blöd. Warte, wir gucken mal, ob es auch wirklich funktioniert hat mit dem Diamond, der... Oh, stellt euch vor, der wäre weg gewesen. Okay, fliegt wieder hin. Ich finde das immer noch so krass, dass der... Ich weiß, wir haben ein Video geguckt von einer und der hat am ersten Schrein Diamond bekommen. Krass, ne? Und dann dachte ich, ich mache auch einen auf und ich bekomme Gold oder Diamond. Aber was ich sagen wollte, ich finde das so krass, dass der Leuchtturm so ein Portal zu einer neuen Dimension ist. Also zu so einer neuen Welt und dass man den dann auf der anderen Seite auch noch sieht. Finde ich irgendwie voll krass. So schön gelöst. Jetzt holen wir, jetzt holen wir einen Kaffee-Burg. Okay. Können wir euch jetzt zeigen, wie man einen Kaffee-Burg bekommt? Das ist so süß. Schmeißt du es auf den Kaffee? Oh mein Gott, das hat sie richtig dahin geschickt. Oh, wie cool. Und, wen kriegen wir jetzt? Oh. Oh, okay. Nur mal, auch gut. Sehr cool. Und, na dann, guck mal, wen wir jetzt kriegen. So, wir brauchen noch, oder wie was, wir nehmen jetzt mal jetzt keinen Kaffee-Burg, okay? Okay. Wir holen uns einen Diamond-Burg. Einen Diamond oder einen goldenen. Oh, jetzt ist schon wieder Nacht. Oh, ich wollte es da reinschmeißen. Oh. Hat nicht geklappt. Wieder normalen. Man, die normalen kann man auch. Ja. 35 schon 40 Mal. Oh. Ich versuch's da und da runter zu schmeißen. Und es geht nicht. Das bekomme ich aber jetzt. Oh, nein. Hat er noch einen bekommen? Oh, oh, ich auch. Nee, nur noch einen. Ich dachte, wir haben noch einen bekommen. Ja? Nee. Oder? Ist das ein neuer? Jo, wenn wir heute nicht kriegen... Oh, mein Gott. Aber wir haben immer noch keinen goldenen. Ich will auch einen goldenen. Trotzdem, ihr habt euch die Diamond bekommen. Sehr cool. Wow. Und das nur mit, keine Ahnung, 13, 14 von den Dingern. Und wir haben sie noch nicht mal alle geschmissen. Okay. Schmeiß weiter, mein Kind. Schmeiß weiter. Schmeiß den Lavendel auf die Marienkäfer. Das klingt irgendwie falsch. You don't say. Hier. Apfel. Und was bekommen wir hier? Wieder normalen. Okay. Okay, okay. Versuch das nochmal in die, in dieses Dings da reinzuschmeißen, in die Höhle. Schmeiß, was weiß, was da rein. Oh, cool. Wasserball. Und welche gibt es? Unnormalen. Unnormalen, okay. Ich will aber auch noch einen goldenen. Ich auch. Ich denke, die goldenen sind seltener als ein Diamond bei uns. Bei uns auf jeden Fall. Okay. Oh, wie schön. Okay, cool. Oh, normalen. Okay. Oder? Ich habe Hilfe bekommen. Oh, normalen. Ich glaube, du musst einfach ein bisschen schneller schmeißen, sonst sind wir morgen noch hier. Hm. Du bist schmollvoll. Was machen die Hände da? Die Nase heißt es nur, wenn die Nase... Die Nase hat es nur, wenn die Nase juckt, gibt es was Gutes. Und das stimmte auch. Juckt nochmal deine Nase. Juckt nicht mehr. Aber sie hat die ganze Zeit gejuckt. Jetzt gibt es doch noch normale Marienkäfer. Oder? Du hast recht. Ja. Egal. Dafür haben wir schon alle, die wir im Prinzip wollten. Aber wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Ich versuche mir mal einen Kaffeebock zu bekommen. Ja, mach mal. Oh, das ist auf den Boden gefallen. Wer will Kaffee trinken? Oh, die Normalen wollen die mal Kaffee trinken. Dann schmeiß nochmal da in die Höhle rein. Da gibt es scheinbar immer Gute. Ist das vielleicht einen Trick, einen guten zu finden? Vielleicht. Mensch, wenn wir jetzt hier voll den Hack hätten... Ach. Das hat nicht gut von mir zu haben. Wo kommen wir? Normal. Nein, wir haben noch... Oh, wir haben noch einen goldenen bekommen. Yay. Na? Oh, wie cool. Hi. Ah, sie hat wahrscheinlich gestern vom Life noch. Wir haben noch einen goldenen. Oh mein Gott, das ist ein Hack. Leute, schmeiß hier drin rein. Gebt ihr doch mal einen Ladybug. Geh weiter vom Backpack. So ist ein Ladybug. Cool, okay. Na, dann schmeiß nochmal da unten einen rein. Ich hab keine mehr. Dann kauf nochmal drei oder vier. Ich will jetzt testen, ob wir hier den ultimativen Hack haben. Und Shoutout an Kittyunicorn303. Hi. Muah. 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 Das war ein interessantes Geräusch. Muah. Okay. Kim on. Okay. Also. Lilly, dankeschön. nochmal Dankeschön. Wir hatten aber echt Glück, weil wir haben im Leben noch keine 40 geschmissen. Okay. Wie viele nochmal? 5, hm? Geld. wichtig falls sie irgendwelche komischen geräusche wird das ist die via die jetzt wirklich ist irgendwas versucht zu vergraben im wohnzimmer okay hier schmeißt in die höhle rein ich will das jetzt echt testen weil das wäre doch der ultimative der heck schlechthin okay fast bekommt man immer und was ist das jetzt ein golden nein das ist ein pahler ich hab schon einen golden ach so der golden hat dann nur rumgeschwirt ja den hat ich auch richtig oder machen wir nochmal hier was bekommen wir und das ist normal doch kein hack schade aber das war es cool dass wir es fast immer bekommen haben aber vielleicht erhöht es doch die chance also wenn man davon ausgeht dass wir nur so wenige geschmissen haben und zwei goldene zwei diamanten ich halte hier oh wie schön das ist süß wie süß wie süß wie süß okay hier schmeiß 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 mein Schatz hier was bekommen wir hier schmeiß nicht auf oh mein Gott geht es euch gut oh wir haben noch einen bekommen oh einen haben wir noch noch einen und 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 wir gehen wir steigen oh ja wir klettern ganz hoch wir steigen der letzte muss richtig sitzen der letzte muss irgendwie 50 diamonds auf einmal bringen weißt du das klappt? oh why not ich darf nicht keep on dreaming okay hier auf dem Balkon ich übertrage oh nein oh nein ihr seid gut und wieder nicht fühlen hast du die bis ganz da oben geschmissen die armen hoffentlich findet der den weg zu dir ähm oh wir haben eine ladybug ach was soll's auf jeden fall wollen wir euch jetzt erst mal zeigen wie viele ladybugs wir denn überhaupt bekommen haben also wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf normale ladybox und zwei diamonds und drei goldene wow also ich würde sagen das ist ein genialer schnitt für die wahrscheinlichkeit dass man so seltene ladybox bekommt wir gucken jetzt mal kurz in deine roblox gruppe 23.000 leute vielen 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 dank vielleicht findest du jetzt noch jemanden der online ist obwohl es ist so früh morgens ich glaube wahrscheinlich nicht schau einfach mal oh wir sind ganz viele online oh ja das schöne am homeschooling wir filmen morgens vor der schule schnell ein video ihr spielt noch eine runde ok komm dann grüßen wir einen und einen versuchen wir noch mit einem ladybug zu versehen ok gut erste stadt geht an king tilda 200 hallihallo mua und das zweite stadt geht an lillilol hallihallo mua ok du hast club able im namen so nehmen wir jetzt auch einen ladybug yay cool kann ich nochmal dein haus ganz kurz angucken oh dein haus ist so wunderschön ich meine das ist wirklich schön das muss ich verstehen das ist ein wunderschönes haus aber bevor du dich da jetzt in aller ruhe umguckst sagen wir euch erstmal tschüss vergesst nicht uns einen dicken daumen nach oben da zu lassen vielen dank fürs zuschauen und bis zum dazu Bis zum nächsten Mal. Tschau!